So, willkommen bei der Vespisti 2024. Hier steht mein kleines Refugium. Einmal winken, genau. Ein paar sind schon eingetroffen, ist schon mächtig voll hier. Dafür, dass das nur der kleine Campingplatz ist. Respekt. Car City, vorprogrammiert. Kein Wunder. Ja, ich freue mich. Wird bestimmt mega geil. Ich zeige euch gleich mal die Toilette und die Dusche. Leckt mich am Arsch. Einmal durchs Wohnzimmer hier. Cooles Zelt, ne? Und ja, wir kommen hier zur Dusche. Und das mir. Kannst auch Sheldon Cooper zu mir sagen. Alter, Katastrophe. Das wird wohl mein Lieblingswort des Wochenendes werden. Ja, willkommen in Chaos City. Aber wird bestimmt lustig. Wird bestimmt lustig. Ich freue mich. Ich freue mich wie Bolle. Und dann, da geht es auch noch rein hier. Und... 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 So, 41,2 PS. Ja, die ist schon ganz witzig hier. Ich bin mal auf morgen gespannt. Ja, die ist schon ganz witzig hier. Ich bin mal auf morgen gespannt. Also ganz ehrlich, wie das hier aufgezogen ist, gefällt mir sehr gut. Also ganz notification. Danke. 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 Das ist schon mal. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einige hundert werden das sein. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und ich muss ja mal die Autofahrer loben, also ich finde das wirklich mega nett von euch, ich meine ich fahre ja selber Auto, keine Frage, aber ich finde das immer wieder schön, dass sie tatsächlich warten, uns durchlassen, Respekt, gut ab, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 Und da haben wir, und da haben wir, und da haben wir, und da haben wir, und da haben wir die Tine eingeholt. So, angekommen sind wir, und da haben wir, und da haben wir, und da kommen immer mehr, immer mehr. Machen wir uns mal mit rein tümmeln hier. Ein geknatter, ein gestinke, herrlich. Ich steh auf so ne Scheiße, verdammt steh ich so. Ich steh da nicht geknatter, versteh ich? Ja. eine schöne als die andere na hoppela und ja, wie ihr hätten sehen könnt, kein Wasser da aber wie ist er da? ah nein, einmal umgekippt ach scheiße gibt Patina was wir dort zu wenig an Wasser haben, kompensieren wir hier mit genügend Zweitakter es sind 151 Stück, mal den kleinen Corsor heute so 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 Gut, 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 gut. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Gute alte Ciao Ja, wie schon gesagt, vorhin bei der Tour WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Da war noch nichts da. Was gibt es denn hier? Sachen, die die Welt nicht braucht. So, nochmal ein kleiner Walkaround. Hier ist echt gut was los. Gleich geht das Rennen los. Ich freue mich, würde ich sagen, wenn ich aus Berlin kommen täte. Oh, was sehe ich denn da? Was sehe ich denn da? Ich freue mich. Ich freue mich. Aber dieses Rennen gewinnt die Nummer 30. Das ist Tanneu. Also ein Applaus. Als nächstes machen wir das Tanneu bereit, die Nummer 19 und die 24. Und danach können wir schon mal 3 weiter in die 16 und die 25. Jetzt wollen wir erstmal die erste Runde hinter uns bringen, beziehungsweise die Jungs von der Kette. Ich habe hier aus Kanzlers gehen. Ich habe hier ausgeschrieben. Ich habe hier ausgeschrieben. Ich habe hier ausgeschrieben. Das sieht man nach einem Kopf. Ein Kopf rennen aus und... Ja, ich glaube! Ich habe hier ausgeschrieben. Ich habe hier ausgeschrieben. Ich habe hier ausgeschrieben. Und da ist ein Schlechtdach von einem Barschisten. Ich habe hier ausgeschrieben, ein Klick. Und da haben wir die Müer, die Nummer 23. Das ist Stefan Lai. Ja, und das ist dann, da sieht man so einfach, es ist nicht hier im Sand. Komm jetzt noch mal von außen an, gut schon! Willkommen im Fahrradlager. Und ich hab gar keinen Security Pass. Wuhu! Los geht's! Ja, von hier aus wieder gleicher Start. Stefan kommt ein bisschen besser weg. Ja, mit der Achtung ein bisschen... Aber es kommt dann... Jetzt geht's wieder. Die Lackhase bereit. Los geht's! Auf der Saal des Nordröls, die Nordröls, die Nordröls, die Döntröls, die Nordröls, die Döntröls! Ja, und die Döntröls! Wuhu! 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 Wuhu!